Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Lange, lange ist es her, wo das letzte Video kam. Ich glaube, jetzt schon eine Woche ungefähr. Und ja, aber wir haben tatsächlich jetzt die 100 Abonnenten geknackt. Sehr, sehr nice, Jungs. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Vor allem auch für jeden Kommentar. Ich freue mich wirklich bei jedem Kommentar oder bei jedem Like, den ihr auf jeden Fall da lässt. Vielen, vielen Dank dafür, Jungs. Es schreiben immer so viele Leute Kommentare. Und es freut mich immer extrem, wenn wirklich Leute Kommentare schreiben, weil es einen so krass motiviert. Aber ja, ich habe heute auch gar nicht so vor. Ich glaube, wir spielen einfach nur eine Runde Skywars. Wird ein relativ kurzes Video. Aber dafür wird das nächste Video auf jeden Fall nicht mehr allzu lange dauern. Und ich habe auch schon ein paar Ideen für die nächsten Videos. Deswegen, ja, spielen wir uns auf jeden Fall eine Runde Skywars. Und mal schauen, ob wir diese gewinnen können. Let's go. So, Boys, ich habe mich für eine knackige Runde Brehon entschieden. Wir gehen auf jeden Fall in die Mitte. Gucken, ob wir irgendwas nochmal schnell looten können. Ja, okay. Okay, okay, okay. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Aber ja, Jungs, vielen Dank auf jeden Fall für jeden einzelnen Kommentar. Ist wirklich ultra nice, dass so viele Leute Kommentare schreiben. Auch wenn es einfach mal nur irgendwie so ein nices Video... Meinetwegen auch einfach, das Video ist nicht so gut gewesen. Komplette Resonanz freut mich auf jeden Fall. Ja, Bruder, bei dir läuft auf jeden Fall ganz groß klasse. Wir gehen auf jeden Fall mal zu Imi. Moin, Bro. Perfekt, ihn haben wir auch. Okay, er ist runtergefallen. Ich weiß gar nicht, ob wir den Kill da jetzt dafür bekommen. Doch, bekommen wir noch. Achso, Partikel. Okay, okay, okay. Haben wir ihn auch noch am Start. Ähm, ja. Es wird, glaube ich, eine 5-Kills-Runde, hoffe ich zumindest. Ich hoffe, der letzte Gegner kann uns jetzt nicht allzu stark hops nehmen. Äh, aber ansonsten... Äh, auf jeden Fall wieder eine sehr, sehr geile Runde, muss ich zugeben. Ist auch, glaube ich, jetzt irgendwie die dritte Runde, die ich heute spiele. Wir sind halt im Equip-Nachteil, ne? Das ist halt jetzt ein bisschen belastend. Ja. MLG noch komplett verkackt. Sehr nice. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir haben ihn gerade noch so runtergekickt. Und das war eigentlich gar nicht so geplant, aber, äh, ja, gut. Dann war's das auf jeden Fall. Ähm, mit der Runde. WTF? Okay, gut. Vielen Dank auf jeden Fall, Jungs, äh, für den ganzen Support. Weiß ich auf jeden Fall zu schätzen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es das hat, lasst du gerne positive Wertungen da oder ein Like, falls du noch nicht getan habt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dann. Haut rein. Peace. Auf Wiedersehen.